Du interessierst dich für gesundes und ureinkeltaugliches Bauen anhand von konkreten Praxisbeispielen und du interessierst dich für die Storys und Erfahrungen hinter den trockenen Fakten, dann ist dieses Bauerninterview mit Udo Kotzke genau richtig für dich. Ich habe ihn und weitere Projektbeteiligte vor Ort besucht. Ich war auf Sylt bei Bastian26, einem echten Leuchtturmprojekt, wie ich finde, im Bereich naturverbundenen und zukunftsfähigen Bauen. Es ist ein Objekt mit insgesamt drei Wohneinheiten. Es ist eine Vollholzkonstruktion und nahezu chemiefrei. Ganzheitliche Themen wie Baubiologie, Feng Shui, Geomantieflossen mit ein. Es wurden Schadstoffprüfungen durchgeführt, bis ins letzte Detail bei der Ineinrichtung und den Möbeln. Das Projekt hat keine Heizungsanlage im klassischen Sinne, dafür eine riesige PV-Anlage auf dem Dach. Es gibt Kreislaufduschen, um Wasser zu sparen bei zeitgleich hohem Duschkomfort. Regenwasser für die Gartenbewässerung wird aufgefangen. Das Objekt ist strahlungsarm aufgrund der massiven Außenwände und abschaltbaren WLAN, um mal einige spannende Details zum Projekt vorwegzunehmen. Zwei der Wohnungen sind Ferienwohnungen und ich hatte die Chance, eine kleine Roomtour mit dem Bauherrn zu machen. Das verlinke ich dir mal hier. Es gibt weitere Interviews mit beispielsweise dem Feng Shui-Berater oder der Architektin. Und in diesem Interview erfährst du vor allen Dingen, was der Mehrwert für einen Bauherrn oder einen Nutzer ist, so ein ganzheitliches Projekt umzusetzen. Wenn du bereits vorhast, so ein Projekt zu machen, was du tun kannst, um alle Beteiligten an Bord zu bekommen, wie du mit Herausforderungen umgehen kannst und Udo Kotz geteilt zum Schluss auch noch mal ein paar Bauherrn-Tipps mit uns. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Lass uns direkt loslegen. Hallo und herzlich willkommen, Udo Kotzke. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass ich dich besuchen kann im wohl, ich glaube, ich darf sagen, gesündesten und nachhaltigsten Haus von Sylt. Das ist zumindest das, was wir wissen. Das ist das nachhaltigste Haus von Sylt, in der Tat. Also ich glaube wirklich, es sucht seinesgleichen. Der Anspruch war hoch und so, die Latte liegt also wirklich hoch, was ja manchmal auch ein bisschen quält. Aber gut, wir haben einen Großteil des Ziels erreicht. Das ist toll. Ich weiß, dass du vor dem Projekt schon einige Hausbauprojekte angegangen bist als Bauherrn. Und da stellt sich mir natürlich jetzt die Frage, warum denn jetzt so ein gesundes, ureinkeltaugliches Haus? Wie bist du dazu gekommen? Warum nicht immer so tun, wie üblich, den Weg des geringsten Widerstands gehen? Warum so ein Projekt? Das ist gut. Gute Frage, weil es ist ja so ein Teil der Entwicklung, meiner eigenen Entwicklung. Über das Thema Ernährung, über das Thema Gesundheitssystem und all das, was dahinter steckt, Pharmaindustrie, bin ich auf Bauindustrie gekommen und habe entdeckt, wie viel, eigentlich wie viel Schadstoffe wir verarbeiten und verbauen. Und im Rahmen der Sanierung von alten Häusern ist es schwer oder nicht immer möglich, sie zu vermeiden. Aber hier war das Grundstück blank und sollte eigentlich verkauft werden. Und ich bin ganz froh, dass es nicht gekauft wurde oder nicht verkauft wurde. Und dann hat ein Freund mir eine Empfehlung gegeben, den Film von Erwin Thoma mal anzugucken. Und so kam ich überhaupt drauf. Und dann war ich angefüttert, wie so ein Fisch, der angebissen hat, und dann ging es los. Und dann habe ich die Messlatte, ja, dann haben wir uns alle Themen angeguckt und haben gesagt, was da alles geht, ist irre. Und dann geht es auch nicht mehr anders. Wenn man weiß, dass die Herdplatte heiß ist, dann fasst man freiwillig nicht drauf. Und wenn ich weiß, es geht besser, es geht gesünder, es geht schadstofffreier, es geht nicht ganz ohne. Aber wir konnten so, ich sage mal, so 90, 95 Prozent weglassen. Und das ist schon, quälen wollte ich mich nicht. Es geht auch 100, aber dann kommt man, glaube ich, nicht wirklich zum Bauen. Dann verstolpert man sich bei den Themen, die einfach, ich sage mal, so ein Kabel, da ist ein Weichmacher drin. Am Ende ist das auch eine Form von Baugift. Aber wer will ohne Kabel arbeiten? Ja, wir können das tun, was wir jetzt schon tun können. Und der Rest, der wird dann später noch kommen in der Entwicklung. Du hast gerade schon das Thema Gesundheit und Schadstoffe angesprochen als Problem der aktuellen Bauindustrie. Aber es geht ja noch weiter. Was sind denn in deinen Augen so die Herausforderungen, die das Bauen aktuell hat, das konventionelle Bauen? Was ist ja jetzt mit dem Gedanken auch der Nachhaltigkeit? Also ich glaube, das größte Thema ist das Thema Giftstoffe, die wir verbauen. Als ich mich damit beschäftigt habe, wurde sehr, sehr klar und sehr schnell sichtbar, ganz einfache Sachen. Auf Dämmwolle, da ist tatsächlich auf dem Verarbeitungshinweis die Pflicht oder die Empfehlung ausgesprochen, eine Atemmaske. Also eine Staubfilter zu tragen. Jetzt muss man sich vorstellen, das verbauen wir ins Haus. Jetzt mag der eine sagen, naja, ist ja hinter der Rehgipswand. Aber wenn ich da ein Loch durchbohre oder ich habe Lücken oder es gibt in irgendeiner Form eine Form der Luftwechselrate, die entsteht, dann wird genau dieser Giftstoff ins Haus getragen. Und das ist atemwegsgängig. Dann habe ich geguckt, was macht das eigentlich? In der Tat ist die Steinwolle, auch die Glaswolle, Atemwegswolle so fein, dass sie aus den Atemwegen nicht wieder rauskommt. Das heißt, wir vergiften unseren Lebensraum. Also es gibt natürlich noch ganz andere Baustoffe. Der Baubiologe sagte so, es gibt so bummelig 8 bis 10 Prozent aller Neubauten müssen in den ersten 10 Jahren saniert werden. Weil sie abgeschlossen werden, sie werden dicht gemacht. Es gibt zu viele Ausdünstungen. Wie viele Menschen wohnen in neuen Häusern und haben Probleme? Haut, Atem, Gesundheit, Erkrankung, Nerven, Schlaf. Ganz vielfältig. Und wenn man sich dann anguckt, wie hoch die Last ist, die Giftlast, ist unfassbar. Wow, du bist da ja schon richtig tief eingestiegen. Also dass dich das auch richtig im Kern erschüttert hat, möchte ich fast sagen. Ich habe jetzt verstanden, du warst Feuer und Flamme, du wolltest ein richtig gutes Haus bauen, ein gesundes Haus. Jetzt stelle ich mir das allerdings schwierig vor, da alle Partner an Bord zu kriegen. Also Baufirmen zu finden, die da Bock drauf haben, Architekten zu finden, vielleicht auch Statiker, das Bauamt zu überzeugen. Wie hast du es geschafft, die Leute alle an Bord zu kriegen? Und hast du vielleicht auch gleich mal direkt für zuhörende Bauherren einen Tipp, was sie tun können, wenn sie eine verrückte Idee haben, so wie du hier, wie sie eben alle Leute so auf ihr Schiff holen und loslegen können? Ja, das ist gut, weil die, in der Tat, ich glaube nicht, dass die Idee verrückt ist. Das hat sich gezeigt zu der Zeit, als ich das Haus geplant habe. Das hat also, als der Beschluss gefasst wurde, bis wir angefangen haben zu bauen, hat gut zwei Jahre gedauert. In der Zeit dazwischen war ja die Frage, wie eigentlich? Und 2018, 2019 gab es überhaupt gar keine Handwerker, weil alle haben gesagt, Mensch, alle haben Geld und die Firmen liefen und Material war da und alle waren wahnsinnig beschäftigt. Und dann komme ich mit meiner Idee um die Ecke und habe gedacht, ich müsste es jetzt 10 oder 15 oder 20 Gewerken und Firmen erklären. Ja, dann muss ich mich bzw. mein Produkt verkaufen, in Anführungsstrichen verkaufen. Und dann bin ich zu einer anderen Form übergegangen. Ich habe gesagt, vielleicht gibt es Menschen, die auf diese Idee Lust haben. Und habe eine Freundin von mir, die macht so Trainings- und Teambuilding-Geschichten. Und habe gesagt, lass uns doch vielleicht eine Veranstaltung machen, in der wir das Projekt vorstellen. Und sagen, so nachhaltig wie es geht, so schadstoffarm wie irgend möglich, so energieeffizient wie möglich. Und haben in zwei Stunden vorgestellt, was wir vorhaben. 25 Beteiligte bzw. Firmen waren bei der Veranstaltung. Meine Freundin Anna sagte dann, nach ungefähr zwei Stunden, so stellte sie die Frage, wer hat Lust mitzumachen? Und wirklich unisono, alle haben die Hand gehoben und gesagt, wir sind dabei. Und da habe ich gedacht, cool, die Idee ist ja, die ist nicht verrückt. Es muss nur einer aussprechen, es muss nur jemand anbieten. Also es war ja ein Angebot meinerseits an die Firmen, an und mit diesem Projekt zu lernen und zu wachsen. Und das haben wir alle getan. Jeder hat irgendwie ein Stück weit gelernt, hat neue Wege beschritten. Also ein ganz verrücktes Beispiel, der Ehemann von der Architektin hat in seiner Architektenroutine über den Plan geguckt, ein Vierteljahr nachdem der Plan fertig war. Und der erste Blick war so in seinem Arbeitsalltag, wo ist denn der Heizungsraum, wo ist denn eigentlich jetzt die Heizung? Weil der denkt natürlich Heizung, der guckt auf so einen Plan, das ist ja klar, das ist die alte Welt. Und bis das ins Bewusstsein der Beteiligten eindringt, dass ein Haus ohne Heizung funktioniert, ohne Konvention, ohne Lüftungsanlage. Aber da gibt es eben jetzt diesen Aha-Effekt für alle Beteiligten. Ja, es hat geklappt. Und alle 26 und alle Firmen, die da waren, waren auch tatsächlich die bauausführenden Firmen nachher. Oh, wow. Auch noch 26 Firmen bei dem Projektnamen Bastian 26. Ist das Zufall? Ne, also witzigerweise, es waren 25 tatsächlich beteiligte Personen und Firmen. Und die Leiterin dieses Teambuildings hat nachher, wir haben doch einen Teamnamen, der hat das Team hieß B26. Weil B für Bastianstraße, ein Haus und 25 beteiligte Firmen. Und das ergab dann die Zahl 26. Es ist ja auch die Bastian 26. Naja, dann gab es einen Schlüsselanhänger, damit jeder sich damit identifizieren kann, damit jeder weiß, das ist der Schlüssel für die Baustelle. Natürlich aus Holz, klar. Ja, logisch. Cool, ihr habt quasi, ihr habt eine Identität für das Projekt geschaffen und jeder wollte Teil davon sein. Und dann ist der Rest eigentlich automatisch gekommen. Hat sicher auch geholfen, um Herausforderungen zu lösen, oder? Ich meine, auf einer Baustelle wissen wir alle, da gibt es immer mal Reibereien und Probleme. Hat das da geholfen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Grundausrichtung war lösungsorientiert. Weil es war allen klar, es wird nicht Standard. Es war allen auch klar, wir müssen in Lösungen denken. Weil wenn wir in Problemen denken, dann sind wir in der alten Welt verhaftet. Hier braucht es neue Wege. Also war es erstmal nach vorne orientiert. Und ich habe einen der schönsten Kommentare, ich habe nachher in so einer Runde die Pflasterarbeit, also, nein, ich habe viele Handwerker gefragt, was denen an dieser Baustelle am meisten gefallen hat. Und ich habe Gerd gehabt, ich würde sagen, Gerd, verzeih mir, wenn ich dein Alter verrate, rund 65, ja. Der macht Pflasterarbeiten. Und in seiner, ich sage mal, in seiner bodenständigen, friesischen Art hat er mir in seinem friesischen Deutsch gesagt, das Schönste auf der Baustelle hier war, dass das hier nie jemand geschrien hat. Und hier ging das immer friedlich zu und das ist so eine schöne Atmosphäre. Wo ich gedacht habe, genau das ist aber, das war wirklich, das war ein Zeugnis für das Miteinander. Ja, es gab Probleme, aber es gab jetzt keine Unruhe, es gab kein Schreien, keine Übermächtigung und sowas. Und Gerd hat das schön auf den Punkt gebracht, das ist friedlich hier. Ja, das finde ich auch so schön an so gesunden, urenkeltauglichen Bauprojekten, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das geht nicht nur darum, dass das Ergebnis am Ende stimmt und irgendwie für unsere Urenkel verträglich ist, sondern das ist schon allein der Planungs- und Bauprozess, ist so ein schönes Miteinander, so in Verbindung sein, so was Gemeinschaftliches. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Leute haben sich mit der Idee am Ende identifiziert, die waren Teil davon. Und das macht ja auch was aus. Wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit, wenn wir dann auch mit Freude dabei sind und sagen, hey, wir haben hier was geschaffen und gehen nicht abends frustriert nach Hause. Ja, genau, das als eine Art Startpunkt zu begreifen. Wir haben ja Reinhold Andresen als Feng Shui-Berater, der hat irgendwann gesagt, Udo, du ahnst vielleicht noch gar nicht, aber ich sehe das schon, was das mit den Beteiligten machen wird für die Zukunft, was das in der Nachbarschaft machen wird. Weil das Haus hat durch seine Art, wie es gebaut ist, wie es ausgerichtet ist, hat eine eigene Energie. Und hier geht es nicht um Konkurrenz. Hier geht es nicht um Übermächtigung, nicht um höher, schneller, weiter. Hier geht es um Kooperation, hier geht es um Miteinander, eben auch so mit der Nachbarschaft. Und diese Entwicklung, die er prognostiziert hat, also aus diesem Team, wir haben ja Videos gemacht zum Beispiel, wie wird es gemacht und Veranstaltungen und sowas, ist ein Kameramann gewachsen, Hannes Drews, mit seinem Vater zusammen, die Firma Frameray, die haben, der hat mit 18 Jahren eine Firma, oder knapp 18 Jahre eine Firma gegründet. Die haben einen eigenen Kanal aufgemacht. Die haben diese ganze Bauphase begleitet und sind innerhalb dieser Bauphase so sehr gewachsen. Und da hat so viel Selbstsicherheit auch aus dem Hannes, aus dem Sohn gewachsen, dass der gesagt hat, ich mache das jetzt auf eigenen Weinen, selbstständig. Das ist so ein Teilbeispiel. Selbst der Feng Shui-Berater sagt, du glaubst gar nicht, was es mit mir gemacht hat. Weil wir natürlich eine Öffentlichkeit erreichen durch die Homepage. Das war ja auch Absicht. Findet es Verbreitung? Und auch er findet andere Ansprachen. Der Geomant. Also es gibt so viele, die Handwerker sowieso, also glaube ich zumindest, die meisten, nicht alle. Das alles macht Wachstum. Und zwar aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Weil es weggeht, ich nenne es mal die alte Welt, höher, schneller, weiter. Es muss um Vermögen gehen, es muss um Mehrwerte gehen. Nee, es gibt ja ganz andere Dinge im Leben, die uns glücklich machen. Was zum Beispiel? Dieses Miteinander zum Beispiel. Was macht genau? Kooperation. Wenn ich anrufe, freut, also ich habe das Gefühl zumindest, dann freuen die Hand, die Firmen sich. Sehr schön. Weil es eine Wertschätzung gibt. Genau. Über das Projekt und natürlich auch von mir. Jetzt haben wir schon sehr viel Schönes, Emotionales gehört. Du hast schon angesprochen, das Haus ist aus Holz, aus Vollholz. Richtig dicke, massive Wände. Wir haben kaum Haustechnik. Da wirst du uns sicher auch gleich ein paar Zahlen nennen. Und das Schöne ist, das hast du auch gerade angesprochen, Feng Shui. Da wäre jetzt nochmal, bevor wir auf die Details eingehen, meine Frage. Die eine Sache ist ja zu sagen, hey, ich baue jetzt irgendwie ein Haus aus Natomaterialien. Da habe ich ja schon viel gekonnt. Wie bist du drauf gekommen, jetzt auch noch das Energetische mit reinzuholen? Also Thema Feng Shui, Geomantie. Gab es da einen besonderen Impuls? Nee, das muss ich direkt mal überlegen. Gab es einen besonderen Impuls? Also Feng Shui war insofern klar, als dass ich davon überzeugt bin, dass alles seine eigene Energie hat. Und dass wir einfach gucken müssen, dass es zusammenpasst. Also so eine Erinnerung an meine Kindheit ist, dass ich die Haustür aufschließe, die Wohnungstür aufschließe, ohne dass ich meine Eltern gesehen habe, wusste ich, hier ist dicke Luft. Da ist irgendwas los. Und das ist auch eine Form der Energie, die man spürt. Die kann man nicht sehen, die kann ich nicht messen, vielleicht kann man sie messen. Und wir wissen, was Farben mit einem machen. Menschen haben Lieblingsfarben. Menschen haben eine Lieblingsausrichtung. Die schlafen lieber so rum oder so rum. Das kennen wir alles, aber so richtig erklären, beziehungsweise, das können wir für uns vielleicht machen, aber in eine Art Gemeinnutzen fürs Ganze umzusetzen, das kann ich nicht. Also stellt sich natürlich die Frage, wer kann diese Energiefragen beantworten? Energie ist ja nur, Strom ist ja auch nichts weiter als, ich weiß nicht, eine elektromagnetische Welle ist die andere Form der Energie. Wasser ist eine Form der Energie. Es fließt. Es fließt unter der Erde Wasser. Ich werde nicht vergessen, wir hatten eine Wasserader unter dem Haus, wo die Kinder auch groß geworden sind. Da wurde nur das Bett umgestellt, weil jemand in der Wünschelroute durchgelaufen ist und gesagt hat, da unten ist eine Wasserader, stellen wir das Bett um und schon war das Thema Bettnessen erledigt. Wow. Mit einmal. Wir sprechen von sofort, in der darauffolgenden Nacht war alles vorbei. Wie alt waren deine Kinder? Ich weiß nicht, zweieinhalb, drei. Es war so, dass die Eltern, die Eltern haben ja so Ideen, wann sollen die trocken werden und irgendwie so ein Alter war das, glaube ich. Wo wir gesagt haben, jetzt muss Schluss sein und wir wussten uns nicht weiter zu helfen als diesen Wünschelroutengänger. Und da kann man sehen, tatsächlich gibt es diese. So und deswegen muss natürlich auch der Geomant her. Und der hat uns gesagt, ganz spannende Geschichte, das Haus, nein andersrum, das Grundstück war zum Zeitpunkt, als der Geomant kam, bereits abgeräumt, da war abgerissen. Das Haus stand im westlichen Teil des Grundstückes. Der Geomant geht das Grundstück ab, gibt uns einen Plan und zeichnet und zeigt uns, in welchem Bereich das Haus auf gar keinen Fall stehen darf. Was der Geomant nicht wusste, ist, dass wir das Baufenster gedreht hatten. Die Architektin hat gesagt, ach nee, müssen wir wirklich, ja, nein, vielleicht, das wird schwierig, eine B-Planänderung bei der Gemeinde herbeizuführen. Wir haben das Baufenster gedreht per Antrag und ohne, dass die irgendwas von diesen Geomanten wussten, ohne dass wir wussten, dass wir überhaupt einen Geomant an Bord kriegen, hat die Gemeinde mit acht von acht Stimmen gesagt, ja, ihr könnt das Baufenster drehen. Dann kommt der Geomant und sagt, in diesem Bereich auf gar keinen Fall, ich sag, warum nicht, sagt er, in diesem Bereich gibt es eine elektromagnetische unterirdische Verwerfung. Das Haus steht dann immer in der Gefahr des Feuers, weil eine große Erdspannung da ist. Was der nicht wissen konnte, ist, das Haus ist 1928 gebaut worden damals, es hat 1938 gebrannt und 1956. Das Haus in dem alten Baufenster hat zweimal gebrannt und er sagt zu uns, da darf das Haus auf keinen Fall stehen, weil sonst unterliegt es der Gefahr des Feuers. Und ich hab gesagt, yay, gut, dass wir den Geomanten an Bord haben. Wir hätten es dann ja sowieso anders gebaut, aber jetzt weiß ich warum. Und keiner wusste, weder in der Gemeinde, noch die Architektin, noch ich wusste, warum, wir wollten das Baufenster drehen. Es fühlte sich einfach richtiger an. Und dann hab ich gedacht, guck mal, jetzt können wir uns vertrauen. Das Gefühl, das im Bauch sitzt, das kann man hier nicht erklären. So, und so kamen die an Bord. Also der Geomant kam über den Feng Shui-Berater. Spannend, okay. Also bist du eigentlich, hast du die Erfahrung vorher schon mal gemacht, dass das was mit der Energie, dass das funktionieren kann, wenn man Feng Shui und Geomantie reinbringt. Also wenn das bei den Kindern schon vor langer Zeit funktioniert hat. Schön. Also okay, war dir klar, das muss ein ganzheitliches Konzept sein. Jetzt haben wir ja schon eine Weile gesprochen, aber wir haben den Zuschauern, glaube ich, noch gar nicht verraten. Kannst du in fünf Worten, in fünf Sätzen sagen, was ist dein Haus? Woraus besteht es? Was ist das Besondere? Wir hatten jetzt schon Vollholz, keine Lüftungsanlage. Kannst du da nochmal jetzt kurz so einen Überblick geben? Kann ich. Kann ich versuchen. Gut, genau. Es ist schwer in fünf Sätzen. Jetzt ist der erste Verbrauchtite. Nein, also Vollholz, es ist leimfrei und damit ist es nahezu giftstofffrei. Also wir sprechen bei Leimholz. Aus meiner Sicht, die Menschen bauen Vollholzhäuser, aber da wird verleimtes Holz verarbeitet. Was ist verleimtes Holz? Das ist eine Holzschicht. Dann kommt mit so einem Zackenbarsch Leim drauf und dann kommt die nächste Platte drauf und das wird verpresst. Der Leim bildet wie eine Art Klarsichtfolie, wie eine Art Gummischicht zwischen den einzelnen Holzschichten. Damit ist das Holz nicht mehr atmungsaktiv. Dieses Holz ist geschichtet, gebohrt und ausschließlich verdübelt. Und die Dübel werden eingetrieben, aufgrund Feuchtigkeitsausgleich kommt die Verbindung, die feste Verbindung zustande. Das heißt, es ist giftstofffrei. Es geht nicht ganz giftstofffrei, wie schon erwähnt, vorhin das Kabel, die Steckdose, irgendwo gibt es immer noch ein bisschen Kunststoff, was ausgasen kann. Aber wir haben deutlich über 90 Prozent der Baugifte weggelassen, das ist ganz wichtig. Wir haben in den Bereichen, wo wir wenig Fenster haben, also am Fenster haben wir natürlich einen Handyempfang. In dem Bereich, wo wir wenig Fenster haben, haben wir kaum elektromagnetische Spannung, und zwar hochfrequente Spannung. Sprich G4, G5, Funkmasten. Warum ist das gut für jemanden, der zuhört und das noch nie gehört hat? Warum ist das gut? Weil unser System davon tangiert wird. Wir wissen, wir können es tatsächlich auch sichtbar machen, wenn wir elektromagnetische Spannung an einen Kreisel, einen Metallkreisel ranhalten. Es reicht, wenn wir mit dem Handy in die Nähe des Metallkreisels gehen, dann fängt der an, sich zu bewegen. Wenn wir ein Einzentstück in die Mitte legen und stellen außenrum vier Batterien mit 1,5 Volt, dann fängt diese Münze an zu tanzen, obwohl es keinen direkten Kontakt gibt. Das ist das, was elektromagnetische Spannung im Feld macht. Das heißt, es wirkt auch auf unser System. Niederfrequent sind die Stromleitungen abgeschirmt, um auch die niederfrequenten elektromagnetischen Strahlung gering zu halten. All das hat zur Folge, also der Hersteller dieses Hauses hat eine Schlafklinik gebaut, und in diesen Räumen haben die Menschen tatsächlich, wenn sie über Nacht sind, zwischen 3.500 und 4.000 Herzschläge weniger in die Nacht. Das muss man sich vorstellen, das sind 10, 12, 13 Prozent. Das ist aber ein Zeugnis dafür, dass das System runterfährt. Akustisch eine Sensation, das Haus, auch bei 10 Windstärken. Sagen die Leute, sagen mir die Gäste, es ist so ruhig bei Ihnen im Haus, es ist Wahnsinn. Ich würde gerne mal zusammenfassen, mit der elektrischen Strahlung gibt es natürlich verschiedene Ebenen, aber Fakt ist einfach, wir haben ja auch eine eigene elektrische Strahlung, oder anders, wir sind ja auch elektrisch. Und deswegen werden wir halt tangiert von außen, egal welche Frequenz das ist, und egal ob es immer gut oder schlecht ist, wir werden auf jeden Fall davon tangiert, das macht was mit unserem System, das muss wieder Energie ausgeben, uns ins Gleichgewicht zurückführen. Und so ist es am Ende auch mit den Giftstoffen, also wenn du jetzt sagst, dieses Schlaflabor, am Ende kann man sich darüber streiten, ob Substanzen gut oder schlecht sind. Fakt ist das, was die letzten Jahrzehnte entstanden ist, dass das für unseren Organismus alles unbekannt ist. Das heißt, der muss die ganze Zeit arbeiten, der muss gucken, was mache ich damit, mit, kostet uns Energie, alles eigentlich Energie am Ende, die für andere Sachen fehlt. Da wäre jetzt auch mal meine nächste Frage, du wohnst ja jetzt schon seit fast einem Jahr in dem Haus, selber, zusätzlich zu den zwei Ferienwohnungen, die hier auch drin sind, in der wir jetzt übrigens, in einer, der wir gerade sitzen. Was würdest du nicht sagen nach einem Jahr? Wie fühlst du dich? Was ist der Unterschied zu vorher? Schläfst du besser? Fühlst du dich fitter? Fühlst du dich leistungsfähiger? Erzähl doch mal. Plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Plauder mal aus dem Nähkästchen. Ja, gute Frage. Also ich, das schönste Gefühl ist, wenn ich nach Hause komme, es ist mein, das ist wie so eine Art Schutzmantel. Es ist sehr cool, es ist wirklich eine Geborgenheit. Ich will nicht sagen Höhle, weil dafür ist es zu viel Holz, Höhle wäre eher Stein, aber es ist wirklich Tür auf und Tür zu und dann bin ich in meinem Schutzmantel, es ist ein Schutzraum. Es ist unfassbar. Also ich schlafe sehr gut, ich komme mit sieben Stunden aus, ich bin aber dadurch, dass ich mich sehr bewusst ernähre und andere energetische Arbeiten mache, immer schon ein guter Schläfer, sage ich mal. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt exorbitant besser geworden ist. Einfach gut. Aber allem voran geschützt. Und das ist das Wichtigste. Das ist schön. Und das, obwohl wir ja hier nicht in der Alleinlage sind. Wir sind ja hier komplett umringt von Häusern, wo man eigentlich das Gefühl haben müsste, man spürt auch die ganzen Energien der Menschen, die umher sind. Aber trotzdem hast du so doch irgendwie eine Höhle oder vielleicht wie so ein Nest. Ja, wie so ein Nest, genau. Und das ist so sehr geschützt. Das ist das Entscheidende. Es fühlt sich einfach behütet an. Das ist gut. Was waren die größten Herausforderungen im Projekt und wie habt ihr die letztendlich gelöst? Das ist das Schlimmste für mich. Das war eine Katastrophe. Also für mich war das unvorstellbar schlimm. Wir haben ein dringendes Regenwasser gehabt. Der Holzrohbau stand und das Dach war nicht geschlossen. Also noch nicht mal die Holzdecke drauf und es hat geschüttet und wir haben es nicht geschafft, aufgrund verschiedener Witterungsumstände die Bereiche schnell genug abzudecken. Und ich habe die Vollholzwand nass gesehen und da stand das Wasser. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, weil das ist ja eine Katastrophe für Holz. Dachte ich. So schlimm war es am Ende gar nicht. Am Ende, wisst ihr es wirklich, die Bereiche, in denen Wasser eingedrungen ist, das meiste konnte man waschen, weil da gibt es natürlich dann irgendwelche Spuren. Aber das lässt sich alles wegwaschen oder wegschleifen. Und da habe ich gedacht, cooles Baumaterial. Also wäre das jetzt, das ist ja die fertige Wandoberfläche. Das Vollholz kommt und das ist direkt fertig. Da kommt nicht der Maler. Das ist schon fertig. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass auf eine gestrichene Wand Wasser raufkommt, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du die Wand noch im Ende des Sommer streichen musst. Das war echt ein Thema und in dem Zusammenhang natürlich auch Sturm. Also wir haben, den einen Abend musste das ganze Haus abgedeckt werden und das war überhaupt nicht der Plan, aber es waren gefühlte Zehnwindstärken. Also das war schon sportlich für die Zimmerleute, für die Mannschaft. Ich war da nicht auf dem Dach, also ich wäre da. Aber das war schon auch echt doll. Aber gut, am Ende hat es geklappt. Und was hast du daraus gelernt? Dass man dem Leben manchmal auch vertrauen kann? Ja, das ist das eine. Das ist theoretisch. Ja, dass man dem Leben, also ich glaube, am Ende wird sowieso alles gut. Wir wissen manchmal nicht, wofür wir die Aufgabe kriegen, aber am Ende wird es eh gut. Das klappt ja immer. Ich würde tatsächlich, wenn ich das nächste Mal so ein Haus baue, es gibt die Möglichkeit, so ein Haus in eine Art Halle zu stellen. Das ist eine Gerüsthalle mit einer Art Gerüstbrettverschalung, also so eine Kunststoffhaut. Hast du dir das schon mal kalkulieren lassen? Ja, ich habe in der Tat ein Haus gesehen, was hier in der Stadt saniert wurde, was tatsächlich mit so einem fünf Etagen hoch, was überbaut wurde mit einer solchen Hülle. Und das macht in der Tat nur fünf Prozent der Baukosten aus. Bietet aber gleichzeitig noch einen Riesenvorteil, weil man kann im Winter durcharbeiten. Wir hatten ja auch Schnee zwischendurch. Und da kann auch kein Dachdecker aufs Dach, wenn auf den Latten das Eis ist. Also es hat natürlich einen Riesenvorteil, um die Zeit einzukürzen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, das Haus, wenn es eh 50 oder 100 Jahre stehen soll, dann kommt es auf zwei Monate nicht an. Aber einen Schaden zu verursachen, den zu beheben, ist in der Regel teurer, als dem vorzubeugen. Also je nachdem, wo man baut. Ich würde so ein Haus wahrscheinlich so einhausen dann. Aber schön, ich habe jetzt verstanden, 50 bis 100 Jahre, vielleicht auch 150 Jahre, hast du vor, dass das Haus steht. Also wirklich ein urenkeltaugliches Haus. Und ich habe auch zwischen den Zeilen gehört, du bist zufrieden und du würdest es nochmal machen. Das heißt, du würdest es auch weiterempfehlen. Du lädst ja auch in deinen Videos dazu ein. Bitte machen Sie es nach. Ist das so? Würdest du das einem Bauherrn wirklich weiterempfehlen? Ich würde nie wieder anders bauen. Ich kann mir doch nicht mal vorstellen, nochmal wieder irgendwo anders einzuziehen. Das ist wie mit der Herdplatte. Wenn man weiß, dass die heiß ist, dann fasst man freiwillig nicht drauf. Wenn ich weiß, dass das, was hier auf dem Tisch steht, nehmen wir Lebensmittel. Wenn ich weiß, dass das nicht gut ist für mich, dass das giftig ist, dass das schlecht für meinen Körper ist, warum um Himmels Willen würde ich danach greifen? Also da müsste die Not schon groß sein. Auf jeden Fall gar nicht mehr anders bauen. Geht gar nicht mehr anders. Und zu den Herausforderungen weiß ich aber auch, dass du mal gesagt hast, zwischendrin wolltest du das Projekt sogar abbrechen. Wie bist du mit der Herausforderung umgegangen? Weil ich glaube, viele Bauherrn sind ja während des Bauprozesses, egal ob das jetzt ein gesundes Bauprojekt ist oder ein konventionelles, sind ja mal ganz schön überfordert und wollen am liebsten abbrechen. Wie bist du damit umgegangen? Ich wollte nicht während des Bauens abbrechen, das keinesfalls. Nein, das war in der Tat ein Zeitpunkt in der Planungsphase. Und das war, wenn ich es richtig erinnere, sogar noch vor der Teambuilding-Zeit. Weil ich gemerkt habe, dass ich dieses Projekt jedem erklären muss. Und dann gibt es ja Widerstände. Wir haben das immer seit 50, seit 100 Jahren, selbst mein Großvater hat das anders gemacht. Das haben wir immer so gemacht. Das machen wir jetzt auch so. Mit dem, was sie da machen, nee, wollen wir nichts zu tun haben. So sinngemäß. Du musst es den Leuten erklären. Du musst es quasi verkaufen. Das ist fast unmöglich. Und dann habe ich ja gesagt, jetzt entscheide ich mich für einen anderen Weg und gebe das als Option her und sage, wer hat Lust mitzumachen? Und dann hat sich das umgekehrt. Und kurz davor war das, dass ich sagte, mir ist es so wahnsinnig mühsam gewesen, die Leute von dem alten Weg beziehungsweise in den neuen Weg hinein mit einzuladen. Also habe ich gefragt, wer hat freiwillig Lust mitzumachen? Und dann ist quasi... Dann ging es. Dann ging es los. Okay. Und dann lief es auch. Und das ist was anderes. Wenn ich dir erkläre, was du alles anders machen solltest, dann gibt es Widerstände. Dann wirst du sagen, nee, habe ich immer so gemacht, lass mich doch zufrieden, mache ich auch weiter so. Wenn ich dir aber anbiete und sage, hier ist etwas, das könntest du anders machen, guck mal her, wenn es dir gefällt, beschäftige dich damit. Und jetzt wird es anders. Weil dann gibt es eine Freiwilligkeit. Und das ist der Weg, wie man die Leute mitnehmen kann, glaube ich. Und was war der größte Aha-Moment, wo du gesagt hast, wow. Also eigentlich hast du es ja vorhin schon gesagt, die Wand ist nicht abgesoffen. Das war ja auf jeden Fall ein Aha-Moment, oder? Ja. Gab es noch einen anderen? Das ist eine gute... Also wow ist so etwas wie Feedback von den Leuten, ganz klar, dass das ganz vielfältig ist, dass die Atmosphäre so besonders ist, dass das so schützend ist. Also was ich sagte ist so, wenn jemand hier drinnen sitzt, bei zehn Windstärken gibt es keinen Mucks, man hört nichts. Es ist eine Flüsteratmosphäre. Es ist unfassbar ruhig. Die Wände schlucken alles an Akustik, an Schall, das ist ja leer, das ist sehr puristisch eingerichtet. Es ist aber trotzdem ein voller Raum. Es ist warm, es ist schützend und keinem fällt auf, dass das Haus so viel Holz ist. Wir haben sogar einen alten Holzfußboden eingebaut. Also wir haben Holz, Holz und wir haben gedacht, wow, das ist viel zu viel. Weit gefehlt. Das bemerkt kein Mensch bisher, obwohl es alles aus Holz ist. Also das sind so Momente, wo ich denke, das habe ich nicht erwartet. Ich habe erwartet, dass die Leute sagen, oh, viel zu viel Holz. Weit gefehlt. Gibt es auch negative Kritik? Da müsste ich in der Tat überlegen, gibt es negative in der Kritik. Ja, es gibt tatsächlich so etwas wie, das Haus ist eigentlich manchmal zu warm. Das ist jetzt im Süden ausgerichtet. Wenn man die Plissés nicht hoch macht, dann wird es auch zu warm. Es ist ja die Idee, dass die Sonne reinkommt und den Raum aufwärmt. Aber dafür gibt es ja Fenster, die können wir aufmachen. Und dann den Lerneffekt, aha, mach die Plissés hoch, lass die Sonne einfach draußen. Im Winter sind die auch häufig unten, weil dann ist es einfach kühler. Ich habe jetzt gerade, wir haben gerade 8 Grad Außentemperatur, ich hatte vergessen, die Plissés hoch zu machen. Und ohne Heizung, ohne alles haben wir 23 Grad drin gehabt bei mir. Wofür bist du am meisten dankbar bei dem Projekt? Für meine Entwicklung. Das ist ein Lebensretter. Also gerade in dieser besonderen Zeit, die wir jetzt hatten, die letzten zwei Jahre, konnte ich mich mit einem positiven, persönlichen Entwicklungsthema, also das Haus ist ja nur das Medium der eigenen Entwicklung, dem konnte ich mich widmen. Und ich hatte etwas kreativ Gutes, was ich in die Welt bringen konnte. Und irrsinniges Feedback. Ich weiß nicht, wie viele Tausende Zugriffe auf die Homepage. Ich weiß nicht, ob wir schon bei 100.000 sind. Das zeigt ja, dass Interesse da ist. Es zeigt irgendwie, dass es richtig ist. Da ist Neugier. Und so, das ist cool. Das ist gut. Das fühlt sich gut an. Ja, man merkt das. Du sprühst auf jeden Fall. Wenn du von dem Projekt sprichst, da ist Feuer, da merkt man, du hast eine innere Leidenschaft. Das ist total schön und inspirierend. Abschließend möchte ich dich gerne nochmal nach drei Tipps fragen für einen Bauherr, der jetzt zuhört. Der sagt, hey, gesundes, ureingeltaugliches Bauprojekt klingt super, würde ich auch angehen. Was wären so drei Tipps, die du ihm mit auf den Weg geben würdest? Drei Tipps. Also vielleicht wäre es einer, vielleicht doch, vielleicht sind es auch zwei. Also das Erste wäre, trau dich. Nice. Weil das ist echt, also diese, diesen Punkt der Überwindung, dann sagt der, oh, der Architekt sagt, ach, kostet 10 oder 15 Prozent mehr, dann entdeckst du auch, wenn vielleicht doch 20 oder 18. Dann kommt die Gegenrechnung, ich brauche ja keine Heizungsanlage, ich brauche keine Lüftungsanlage. Okay, was die Unterhaltungskosten, was die Wartungskosten, was die Nebenkosten angeht, dann kommt in der anderen Seite die Bilanz, auf der anderen Seite die Bilanz, wie viel autonom, autarker werde ich eigentlich. Also ich brauche keinen Wartungsdienst, was ja total cool ist, macht mich frei. Und dann gibt es so diese Abwägung im Kopf und die heißt Zahlen, Daten, Fakten gegen Nutzen und das wird alles abgewogen und der Bauch ist unberücksichtigt. Und irgendwann kommt der und sagt, willst du oder willst du nicht, jetzt weißt du, das kostet 18 Prozent mehr. Also kognitiv ist fertig, Haken dran und dann kommt die Entscheidung des Bauches und er hat ganz klar gesagt, ja, und heute würde ich das anders machen. Heute würde ich erst meinen Bauch fragen, das Ziel definieren und dann würde ich loslaufen und die Preisdifferenz, das ergibt sich alles, das ist natürlich Teil dessen. Klar, musst du mit dem Blick behalten, aber ich würde das andersrum von der Reihenfolge machen. Ich komme aus der alten Welt, aus dem Rechnen, Zahlen, Daten, Fakten, das ist alles meins. Den Bauch habe ich verlernt, so dem habe ich mal zu beachten. Hast ihn wieder reingeholt. Den hast du wieder reingeholt. Und ich weiß jetzt, das ist ein gutes Gefühl. Und viele Dinge, die wir gefühlt und gespürt haben, haben sich nachher auf der Linie der Beweisführung als richtig gezeigt. Okay, also Tipp Nummer eins, wer trau dich und hör auf deinen Bauch und was wären zwei weitere? Oder ist das schon Tipp Nummer zwei, hör auf deinen Bauch? Tipp Nummer zwei wäre, scheiß aufs Geld. Weil es ist wirklich, ja es ist schlimm. Wir begrenzen uns. Wenn wir in Geld denken, dann wir können ja nur in eine Richtung gucken. Wir können ja nicht nach hinten gucken, nach links, nach rechts, das geht nicht, ich muss mir den Kopf wenden. Weil wir lernen ja, dass das Geld den Wert, den es gestern hatte, vorgestern, vor drei Jahren, vor 30 Jahren hatte, gar nicht morgen hat, schaffe einen Wert für die Zukunft, unabhängig vom Geld und zwar einen Wohnwert, einen Wohlfühlwert für dein eigenes System, für deine Nachfahren und ich glaube, das ist viel mehr wert als heute, wenn man es dann finanzieren kann, ein paar Euro mehr. Das ist, glaube ich, scheiß aufs Geld, ist auch ein guter Tipp, glaube ich. Ja, ist auch gut, finde ich, Thema wertvoll bauen, nicht billig bauen, sondern wertvoll bauen, damit du auch einen Wert von deinem Haus hast. Was nützt dir es, mit dem Haus zu bauen, was du nach zehn Jahren dann sanieren musst. Okay, aber ich will gar nicht reinquatschen. Tipp Nummer drei. Zum Wert, ne? Ganz kurz, ich habe wertvoll bauen, ne? Ich habe einen alten Mercedes, der ist 40 Jahre alt, der fährt heute noch. Das war damals schon ein sehr teures Auto. Und ja, wie cool, dass den jemand gekauft hat und der wird ordentlich, und der fährt heute noch. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn ich ein billiges Auto kaufe, kann ich mir schwer ausmalen, dass der nach 40 Jahren noch fährt. Also, das ist vielleicht auch so ein Fakt. Genau, wertvoll bauen. Ich habe einen alten Remover-Koffer, der ist 60 Jahre alt, den benutze ich heute noch. Der war damals auch hundeteuer. So, Tipp Nummer drei, weiß ich nicht. Haben wir noch was? Coole Mannschaft, gute Energie, seid dankbar, wertschätzend so, den Leuten gegenüber. Gute Mannschaft, ist ein guter Tipp. Ein Haus baut sich einfach nicht von alleine. Es ist handgebaut. Da ist ein Kran, der hilft, die schweren Teile zu tragen. Aber es ist handgemacht. Oh ja, und geh zum Banker und sag dem Banker, ich brauche zwei oder drei Prozent mehr, wenn das Ding eine Million kostet, brauche ich nochmal 20.000 Euro extra. Und wenn der fragt, warum sagst du, für Trinket und Käsekuchen? Das ist fast ein gutes Abschlusswort. Danke dir, Udo. Also, ich habe tatsächlich noch meine Abschlussfrage, die ich auch allen frage, ist immer, wir sind ja viel im Wandel und ich versuche ja hier Menschen und Projekte zu zeigen, die einfach anders bauen, als es so in der breiten Maße bisher in der Wahrnehmung ist. Und jetzt wäre meine Frage, was ist denn deine Vision für eine gebaute Umwelt von morgen? Also, vor allem über Kreislaufwirtschaft nachdenken. Also, ich sage es mal am Beispiel der Elektrobatterie, des Batterieautos. Das war damals bei der Atomkraft, ist es, sollte es verhindert werden durch Demonstrationen, weil man hatte kein Entsorgungs- oder Verwendungskonzept nach der Gebrauchszeit. Also, welches Material verwende ich, um heute einen Nutzen zu generieren? Wo kommt das her? Wie wird es erzeugt? Aus Erdöl oder wird es aus Holz? Wir sprechen von Natur und von... Wird daraus Plastik? Und wenn ja, wie kann ich das in der Zukunft verarbeiten? Vielleicht dürfen wir wieder über Hanf nachdenken, über Stroh nachdenken. Es gibt Akazien, es gibt Klamotten, die werden aus Akazien hergestellt, weißt du so, aus Hanf werden Kunststoffimitate hergestellt, die man... Es gibt Folien, es gibt eine Folie von einem japanischen Hersteller, die man nach Gebrauch in der Erde vergräbt, die wieder mineralisch wird. Also, das zu beachten, natürliche Kreisläufe, das wäre mein größter Wunsch für alles, was wir machen, nicht nur bauen. Ja. Schön. Danke dir, Udo. Sehr gerne. Ich danke dir. Hast du auch so inspiriert wie ich? Wenn es dir ähnlich geht wie Udo, dann warte nicht länger und starte durch. Entwickle deine eigene Vision vom Traumhaus, finde die richtigen Partner und setz die Vision in die Realität um. Lass dich von nichts und niemanden davon abbringen. Und wenn du Expertin, Architektur und Bauen bist und auch endlich im zukunftsfähigen Bauen beruflich erfolgreich wirksam werden möchtest und dich fragst, hm, lohnt sich das überhaupt? Ja. Bauherren wie Udo Kotzke brauchen dich, deine Ideen, Erfahrungen und Expertise. Und wenn du nicht weißt, wie du herausfindest, was dein beruflicher Weg sein könnte, wenn du herausfinden möchtest, wie du dein eigenes Potenzial aktivierst, wenn du effektive Tools und Strategien an die Hand haben möchtest, um den nötigen Mut und die nötige Kraft zu haben für eine berufliche Neuorientierung, herausfinden möchtest, wie du in Leichtigkeit, gegebenenfalls noch erforderliches Wissen dir aneignest, ohne dafür nächtelang am Schreibtisch zu sitzen, dann lade ich dich zu einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch mit mir ein, wo wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir helfen kann, damit auch du endlich Bauprojekte wie Bastian26 erfolgreich in die Realität umsetzt. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Mehr Inspiration unter anderem zu Bastian26 findest du hier und wir sehen uns im nächsten gemeinsamen Video.